Ich hoffe, ich funktioniere das dann auch am Ende so, wie es sein soll. Am Ende funktioniert das nicht. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Redstone. Na ja, mein Gott. Macht nichts, wir schippsen einfach den Victor in die Lava und dann holen wir einfach. Oder nochmal PvP? Später. Aber da wäre ich von dabei. Den Weg hier, äh, Christian, den Weg hier wieder abbauen, oder? Ja, ja. Okay, gut. Gut, und jetzt ist ja ein gelber Würfel. Es sieht geil aus, oder? Das ist voll lustig, so ein gelber Block. So voll wie so ein Texturfehler. Was, ob da irgendwas ist, das nicht geladen ist. Weil das übel gut zusammenpasst. Also, äh, der Block ist ja eh voll smooth. Smell. Oh shit. Muss man unten noch irgendwas machen, oder ist unten komplett fertig? Es muss eigentlich alles halt außenrum... Corona geshopst, die Dinger backen sich durch die Wand. Ja. Äh, es muss eigentlich alles durch, äh, na, Glas ersetzt werden. Ähm, Frage, äh, komm, also bist du mir wirklich teleportieren zum Ding, das würde jetzt nicht unbedingt funktionieren, oder? Ähm, du kannst in die Hölle gehen und dann zu mir teleportieren. Ja, das geht. Okay, wie geht das? Slash dp? Äh, dann, äh, Quelle und Ziel. Okay, also erstmal Quelle. TP, also Quelle und Ziel, also erstmal Backball. So, was wir machen könnten, wir können von unten anfangen. Wie, von unten anfangen? Mit dem Glas. Oh. Wenn ich... Woah, ich hab von der Schlucht gespawnt, ey, pass auf. Ähm. Inwiefern, äh, von unten. Noch eine Schicht Glas? Oder wegmachen nur Glas? Ja, der komplette Kasten muss ja aus Glas werden. Das heißt, die Schicht, die da schon ist, soll aus Glas werden, eine... Ja. Also das heißt, eine Schicht weg und eine Schicht Glas hin? Ja. Genau. Okay, jetzt checke ich's. Ähm, warte mal kurz. Wir brauchen... ...Glaze rods haben. Genau das meinte ich, wir brauchen mehr davon. Oh, shit. So. Äh, dann schau ich mal, wie man's auf 8 aufteilen kann. Das ist jetzt eigentlich ziemlich dumm, also ich... Nein, schießt nicht wieder durch. Sie fangen wieder an zu schießen. Okay, machen wir das dann am klügsten. Oder jemand stellt sich rein und defendet halt. Äh, ne. Eigentlich im Prinzip wäre das dann mal so dumm. Weil ich müsste eigentlich von unten anfangen, weil dann fehlt für die Wände. Ja, deswegen wollen ich und Victor jetzt von unten anfangen. Ne, ich kann das auch ruhig alleine machen. Äh, beschützt du lieber Joe, weil ich glaube obenrum ist bisschen schwieriger. Ja. Mittlerweile ist es nicht so schlimm, aber bloß wirklich, ähm... ...ich frag mich nur, wie ich das mache. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel hier, wo ich jetzt bin... Ja. ...wenn ich dann jetzt anfange, die Dinge auszutauschen, dann muss ich... ...eins hier wieder kaputt machen, um wieder runterzukommen oder so. Ja, deswegen habe ich gerade überlegt, ob ich von... ...untern eine kleine Hilfsplattform anfangen zu bauen. Und dass ich dann immer von unten nach oben hoch arbeite, deswegen ist es sogar nicht... ...wirklich nicht verkehrt. Ja. ...dass wir halt Schicht für Sticht höher gehen. Aber halt nur von unten nach oben arbeiten. Aha. Dass wir nicht abgeschossen werden können. Ja, ich fänd's sogar ganz klug. Wird mir gefallen, jeden... ...noch oben drauf ist es halt dringend schwerer. Wollen wir einfach so aus scheiß trotzdem nochmal ne 41 reinmachen, Christian? So als... ...keine Ahnung. Können wir machen. Was für ne 41? Keine Ahnung. Es war einfach nur random, als wir zum ersten Mal da waren und dann versuchten wir weg. Dann musst du auf die rechte Seite schauen. Ja, ich seh, das... ...könnte in 41 sein, bloß da ist noch ein Kabel... ...dings. Ja... ...aber das war einfach so random in die Wand gehauen. Sag, wann ist dein Weg? Den hab ich gerade eben hingemacht. Okay. Ähm... Das heißt, das hier muss weg, ne? Eine Schicht muss hier weg. Ja. Okay. Und leider... Oh Gott, von unten muss auch Dings gemacht werden, oder wie? Genau. You know what I mean? Ja, ich check. Jesus. Oh mein Gott. Jetzt weißt du, wie es uns vorhin ging. Allein schon die letzte Tage war so schlimm. Ah... Das ist normales Glas, Alter. Was brauch ich denn für ein Glas? Gelbes. Ach so, gelbes. Warte mal, ich hab's. Deswegen... ...hab ich dir einen Farbstoff mitgegeben. Weißt du? Ich dachte, das war für konkret. Deswegen dachte ich mir so, hä? Hä? Eigentlich hab ich dir genug mitgegeben. Ja, aber ich... Ich dachte... Ja, ich dachte... Ja, ich dachte, das wird konkret. Oh. Fuck, ist das geil? Da drin zu sein? Schaut euch das mal an, das sieht übel geil aus. Mit dem Glas? Ja... Wir müssen dann halt nur später, aus Sicherheitsgründen, äh, noch ein bisschen außenrum abbauen. Aber das hätte ich dann in Nähe gemacht, wo ein weniger Netherrack ist. Leute, wir haben ein Problem. Ich glaub, wir müssen jetzt mal warten, bis die Eider-Response sind. Alter. Um auch hin zu bremen. Äh... Schwein, kannst du da bitte weggehen? Oder darf ich... Komm an. Wir nutzen. Nee, wir schaffen das schon. Wir kriegen das dann. Wir kriegen das dann. Oh mein Gott, bin einfach komplett durchgelaufen. Fuck! Die Schweine gehen auf mich. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Weg da! Weg da! Weg da! Weg da! Was? Die greifen... Die greifen mich jetzt auch an! Warum tust du das? Äh... Jetzt greifen die mich auch an! Nein! Ich fang das hinter mir an! Ich glaub grad, wenn die das Revue hoch... Verdammt! Oh mein, die greifen uns jetzt alle an! Tatsache! Hey, da ist einer von... Tatsache! Tatsache! Der Spur! Toi, jetzt können wir nicht weiterarbeiten! Die Pigments sind hinter uns her! Nein, sobald alle weg sind, alle mal respawns dann passiv werden! Soll ich die jetzt killen oder wie? Warte mal, wir teleportieren uns das mit so... Okay... Das schafft man schon! Wo bist du? Na, wer ist... wer ist denn im Liter? Ja, ich! Verdammt! Komm, die Tür ist unten offen... Oh ja, die kommen alle raus! Guck dir mal den Scheiß hier an! Die sind alle frei! Oh verdammt! Die wollen uns alle ficken! Die ficken uns jetzt richtig! Ähm... Alter, wie will man das machen? Wie... Wie komm ich jetzt so schnell zum Neta? Fuck! Telepulier dich halt einfach! Oh verdammt! Ja, ich... Ihr seid im Neta! Ich kann nicht im Neta telekotiert werden, wenn ihr überhaupt seid! Ja, geh halt ab rein! Jo! Warum hast du die angegriffen? Ich hab gar nichts gemacht, man! Oh man! Oder warten wir ein bisschen ab! Warum bist du jetzt hier? Ich setz mal kurz meinen Spawnpoint neu! Ja... Ähm... Ich hab genug Pfeile dabei! Also... Ich spiel mal kurz n bisschen Sniper! Ja, ich hab auch noch paar Pfeile! YOLO! Geil! Okay, turn, 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 turn! Wird das 14? Wird das 14? Wird das 14? Oh man, ey! Ich weiß, jetzt ist jeder in der Oberwelt! Wir müssen jetzt wieder hinlaufen! Ist ja nicht so schlimm! Währenddessen können wir wieder glasten... Ne, aber... Oh... Oh... Die Scheiße! Das ist äh... Eilts Aufgabe! Aber es lohnt sich am Ende! Und es ist lustig! Oh... Seid mich alle! Du brauchst nur noch Return to Sender? Da unten rechts ist ein Gast! Links! Rechts! Und von mir ist es, ist es links! Naja, der ist weg! Wurscht! Ich lauf zum Ding! Das haben wir vermisst ja gerade unter uns! Dann ist er gerade unter uns! Oah... Und... 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 ja auch nicht voll gut ich finde ich gerade lustig und sie noch selbst in uns immer noch aus die Babys schon mal nicht die hier nicht ich bin voll erschrocken nicht nur du ich dachte mir gerade so Joe ist wieder tot 14 Hals im Maul na egal es lohnt sich hätten wir vielleicht warten sollen bis die alle response sind so laufen die hin stimmt ich bin hier selten ich laufe hier zum zweiten Gang ja und wie viele sind noch da nicht wenige also hätte man doch warten sollen bis die response sind bin schon dabei Jesus fuck 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 anrechter 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 zudem ich ein als ich muss das zählen miteinander ist die können immer so schnell schießen es ist natürlich im Fall getroffen so die Lecher sind fast gestoppt so die Dinger sind gestoppt also die Prozent kommt das mal auf ja ich habe mich einmal kurz durchgebuddelt und er hat das war der Fehler denn dann sind da plötzlich doch die Zombies Pigmen und plötzlich wurde ich von Zombie Pigmen verfolgt ja sehr geil Schuss für die einfach mal dann sind die wegsack tschüss noch eine ich hab keinen Pfeil mehr oh Gott der eine ist raus verdammt will ich nicht warum ist dein Block in der Mitte ja die sind da raus der hat sich direkt dahingestellt wo ich Glas hin tun wollte seid ihr da unten safe ja ok dann halte ich hier oben mal die Stellung und crafte euch mal ein bisschen neues Glas wie wollen wir eigentlich in die Mitte kommen oh einfach rein das ich bin tot hast du doch gelassen nee ist zu ne ja ich hab's zugelassen ich hab's zugelassen ich hab's doch immer ja ich hab's doch 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 da ist genau in der Mitte einer irgendwo oben drin ne haben wir den jetzt ne ok jetzt wird's kritisch ok das krieg mal das krieg mal das krieg mal 1 2 3 4 5 ok ich bin tot ok ich bin fast tot NEIN NEIN nimm dir die Tränke mit oder so Heilungsstränke ach stimmt ja Heilunke wenigstens instant Feuerresistenz haben wir auch noch dann mach ich welchen weil da sind die drüben zwei Stück hier und hier Heiltränke macht man aus Goldmelonen und aber wir haben ja keine Melonen fuck wie viel ist da jetzt drin noch frei ok ich seh's nicht ich ich bin schon dabei am ausklären ja ich seh's weil ich seh halt nicht weil das glas im shader ist so eh also das sieht schön aus so mach ich mach mal shader kurz aus ok dann krieg ich nicht ok ah jetzt seh ich da drin ist noch ne luftloch ja ich hab alle los 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 ich komm aber gar nicht hin in invincibility zählt aber nicht für Viecher oder nein also das checken wir schon ok alles ist zu ok von unten ist glas fertig dann haben wir eigentlich glaube ich schon schwierigste geschossen oh juf und da werde ich plötzlich angeschossen ja ich bin schon dabei hast du dein Loch wieder zugemacht? ja wenn jetzt Schicht für Schicht ne äh so der Plan ok ich meine das Boden jetzt fertig ja Boden ist das schwerste und und nachdem man nur einen Block aufmachen kann oder aufmachen sollte können die nicht rauskommen eben jo du kannst dir gleich noch äh redzone mitbringen ach so ich sag euch jetzt schon mal dass ich keine Heiltrinke machen kann aufgrund dessen dass wir keine Melonen haben ja wir haben noch welche im Neta na gut was soll ich jetzt machen und vor allem wir haben ja kein Glas Glas hab ich ich hab alles dabei dabei ok warte mal dann nehme ich so ein Ding mal mit scheiß aber wir haben kein Wasser ne wir haben kein Wasser das bringt ja im Neta hat man kein Wasser hast du recht oder ich mach es einfach so du kannst aber in den Kaul tun kannst du Wasser rein tun du kannst schon in der Hölle äh Dings braun ja aber dann können wir es nicht auffüllen das stimmt du hast halt nur 3 Füllungen oder so aber dann nimmst du halt noch ein Wasser einmal mit das lohnt sich nicht ich darf eigentlich lieber noch ein paar mal als dass wir das kriegen wir schon Alter ich hab da jetzt keine Blazerot gerade 6 Stück für 1 Stack das geht eigentlich voll gut ok mein Glas ist gleich alle ja ich hab grad neues bringt's ja gleich runter aber ich hab schon 2 Schichten gemacht ja hey Victor auf was stehst du gerade auf welcher Plattform warte mal äh kannst ruhig kommen ja glas 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 ah ja doch noch nicht oh doch ab hier cool dann lasst uns die Tränke zusammenwerfen dann haben wir alle den Effekt stimmt ne äh Gunpowder bräuchten wir hab wir ja ach wir sind schon Flashpost potions ok ok haben wir noch Glasbunders irgendwo oder Achtung so schnell läuft zusammen äh warte hey wukake warte hab's hab's feuer ist das 7 Minuten Körsensprache auch ähm haben wir haben wir noch mehr Gasfenster aber ich hab keine äh musst du Victor ich hab Victor alle gegeben äh yo Victor komm her spring der Victor runter haha okay no risk fun ja ist echt so das ist deine one so 3 Stacks für dich hä ach so die Bibis können da runterlaufen interessant kitzig ja gut stacken wir uns mal hoch ne ja wir schon du darfst immer nur eine Reihe weg machen also ein Block hohes oder macht's von oben nach unten ich mein jetzt halt wir steckt durch einen Block höher und macht dann eins außerdem nieder den mit dem die 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, dann bist du auf der Seite mit der 41. Okay, dachte ich mir schon. So 41er geht's echt nicht. Ich bin ein 30er-Wender schon. 29. Das sieht echt cool aus, finde ich. Ja, du musst halt den Shader mal rausmachen, Victor. Habe ich jetzt, ja. Achtung, Victor. Geschickt dran vorbei. Ich komme da nicht mehr hin. Was soll denn das? Das hat die Gänse geklappt und jetzt nicht mehr. Fuck. Wunder gefallen? Ja, fast. Ja, so fühlen sie also Dachdecker. Ja, weil die sich auch immer mit Neta dicken Blöcken hochbuddeln. Nicht mal das, sondern weil sie sich immer vor den Blaze beschützen müssen und so. Ja, Dachdecker. Ich sehe nur, wie die ganze Armee dich anschießen. Mich? Ja. Diese haben es alle auf dich getriggert, so. So, wie so ein Fluch. Juch, ey. Er ist der größte, wenn wir dann so. Fick. Entschuldigung. Ey, da ist hinten ein Gast. Auf der Seite vom Weg. Gast können aber kein Glas zerstören, oder? Ja. Doch. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Kritisch. Ach, nein. Ja, ich sehe den, ich sehe den. Äh, der zieht Bond. Auch wenn sie aus der Ränderweite sind, lauf einfach mal sicherheitshalber hin. Ja, lauf du hin. Ich nehme das normale Glas und mach die 41 rein. Aber bitte schön, ne? Schön mittig. Das ist doch eigentlich dann wieder Scheiße, weil wenn die Dinger dann da sind, die, ich meine, wir müssen es doch nochmal so verbarrikadieren, dass selbst Gast nichts mehr machen können. Ich würd's sagen von Ausmaß. Später, später sind wir in einem Glaskasten, der direkt zum, äh, zum Farmen der Blazes hinführt und da können wir uns die Gast nicht mal abschießen, weil sie uns da überhaupt nicht sehen. Boah, wie viel Glas müssen wir noch ballern? Ziemlich viel. Alter. Also, 5, 6, 6, 6, 6 Wands bestimmt noch. Oh, ich werde von da hinten abgeballert, hast du immer gesagt. Ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Muss kurz durchhalten, hier war ein... ...Water Skeletten unterwegs. Ich hab's gesehen, nein. Du sahst gut aus, als du geballert hast. Oh Gott, nein! Place, geh wieder rein. So, puh. Woll durch die 41 abhauen. Nicht durch die 41, vergess es. Nicht durch die 41. Die 41 ist erteilig. Ist trickt 41. Stimmt, ja, das haben wir ja gesagt. Genau. Alter, warum wollen die die ganze Zeit weg? Ey, du hast sie nicht mittig gemacht. Oh. Zu spät. Ey, genügend Glas hätten wir, dass du's wohl machen kannst. Zu spät. Oh, Jesus. Wie viel Glas habt ihr noch? Ich hab noch, glaub ich, das Deck. Ich hab noch anderthalb. Okay. Weil wir haben eine Seite fertig, ne? Äh, zwei Seiten. Ich hab denen genauso viel gegeben wie mir. Das heißt, wenn's für meine Seite reicht... ...reicht's für seine Seite? Für meine Seite reicht's auf jeden Fall, aber ich sag halt mal so, dass ich hab jetzt nur noch einen Deck, danke. Oh, Jopki-Paki. Tot. Jopki-Paki? Ja. Ich hoffe, das war nicht jetzt nicht wegen mir. Nein, ich bin... Doch, 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 doch. Spass. Oh, Mann. Blaze hat durch das Loch geschossen, mich getroffen, bin runtergefallen, halbes Herz, verbrannt, tot. Oh, ist das da die 41? Nee. Ich glaub, wir haben noch ein paar. Ich hab' die Paki. Und die war Portal eigentlich. Alles mal echt Spaß. Was ist? Wie ist das eigentlich Portal? Ich hab' den Einser jetzt angefangen und der Einser ist jetzt, ähm, noch nicht so humorvoll, ich glaub' das haben sie dann erst mal so richtig im Zweiten anbauen. Bist du safe, Joe? Also ich, ich zock' halt, die ist der Haupt-Story, ne? Warte mal, stehst du gerade safe in Minecraft? Äh, jetzt schon, ja. Hast du mal ne Spitzhacke? An ne zweite? Du stehst super safe. Na, was? Ich glaub' grad' in Lava, weil ich helfe. Okay, ich stehe wieder. Hey, Alter, Alter, hast du eine zweite Spitzhacke? Äh, ne, ist meine letzte. Ich hab' dir noch welche. Brauchst du? Ja, warte, ich komm'. Also ich hab' für jeden Fall noch ein Stack Eisen, aber mehr auch nicht. Wo bist du? Okay, voll. Der Versorger. Der Defender und der Versorger. Ähm, ja. Der Defender und der Besorger. Ähm, ja. Der Defender und der Besorger. Oh, hey, hey, hier ist irgendein Gast. Hier ist irgendein Gast. Genauf'n Weg. Ich hab's grad' gehört. Ich weiß aber nicht wo. Ich hab' aber einen in den Gast grad' niesen hören. Ja. Links unten. Ich höre nur sehen. Der Kille macht. Ich weiß, ich seh' den nämlich nicht. Ich weiß nicht, wo der. Ich hab' das gleiche. Nee, dass da jetzt da einer drauf schießt und... Easy. Easy Quick Kill. Quick Scope. Vergeht. Oh, noch'n Gast. vielleicht hätten wir erst mal mit der äußersten scheiße anfangen also hey wieso was oh nein also ich meine halt dass die gast erst mal nicht drauf schießen können wir uns nicht mal sehen was so dass wir machen außerdem kein glas sondern nur so einen kleinen gang zum kill spot und deswegen brauchen wir auch nicht so viel glas deswegen glaube ich ja schon ihre zeit um versuche ich zu treffen wenn eine schon das nächste glas oder haben wir noch sand da wir haben kein sand mehr aber ich habe noch daheim genug schaufeln und eine komplette meser einmal komplett ausfahren kann ich habe schon das letzte mal meine komplette meser 99 wenn wir zu dritt hier so anfangen passiert was ist weil wir zu dritt alle schaufeln ja es hat einen ruck zuck oder der erste geht schon mal schaufeln und der nächste macht schon mal mit Glas weiter noch mit Glas weiter so lange wir haben alles sieht zu geil aus nach aber das ist so viele Partikel das ist unglaublich das ist jetzt aber nicht zerstört wundert mich in das MIPC spackt ab aber mal zur Verkündung noch einschauen er ist so ein um die ganze Zeit wenn wir sterben Meckert das erfolgt noch steht hier mein Wunsch schnell sind zum bestellen wollen ja eine von einem Ort zum anderen gehen so weiter der Partie den Erwittung hast du noch ein normales Glas er oben in der Kiste Mordkopf ok dann kann ich nur 2 machen leider ich mein es mit mir runterfallen mhm dann sind wir zu schnell für den Surfer und er checkt es nicht hä achso dann fallen wir zwar aber er muss erst später nachberechnen wieso und warum ja oder er merkt es später dass wir tot sind weil das hat eigentlich auch schon das wie ich paar Sekunden später erst ein Death Screen hatte obwohl ich schon Larven mit null Leben war aber das hatte ich auch schon Victor ja hier unten liegt Lars 16 Stück natürlich ich sehe irgendwie wie geil das aussieht ich glaube wir müssen alle dann die Partikel mal ausschalten ja ich habe schon auf Partikel aus ich habe ja schon auf Partikel aus ja aber kann man das auch im Server einstellen ne das muss jeder sich selber einstellen ja aber wenn es bei jedem einzelnen gemacht wird oh juhu äh der Server berechnet ist ja aber trotzdem das wird zwar uns nicht angezeigt aber das wird trotzdem berechnet hm ok das ist dann natürlich scheiße ich gehe schon mal weil ich eh nur noch 10 ähm Fenster habe gehe ich schon mal als Ansonne hast du nicht morgen Arbeit Joe? weißt du wie los dich das gerade ist? ach stimmt ihr beide habt morgen Arbeit was ist los mit euch? hm hm das ist zu geil gerade deswegen scheiße spätestens dann wenn meine Mom gleich an der Tür droppt dann bin ich dort hm aber ach deswegen redest du schon zu leise fuck fuck boah wie viele Blöcke geht das schon dringend boah wie viele Blöcke geht das schon dringend sag Joe ne ich mag nur die Lava scheiße ich würde es noch so machen dass ich einmal per Command alle Items kill ja alle freiliegenden Items das wäre nicht schlecht weil hier liegen übel viele rum ja ja das lustig ist halt ne wenn die blazes spawnen sehen die uns durch das Glas nicht deswegen fallen sie einfach runter irgendwann checken sie und äh oder ne ne sie sehen wenn sie uns sehen dann fangen sie erst an zu schießen wenn nicht verfolgen ist er uns nur die ganze Zeit und dann ja durch das Redstone das unten drunter liegt das ist für die quasi eine Wegfindungs-API mhm einfach eine killing chamber ja genau das mit dem ja genau also dass man für 10 Sekunden crush oder so ja das ist eine killing chamber sagt man nicht das was ich immer hatte ähm zurück zum Knopf dann werden die für 23 tics oder so geschlagen und dann haben die nur noch ein halbes Herz alle genau darf ich jetzt von oben drehen also normal einen roten roten Sand kann man auch verfolgen natürlich warm einfach bei mir die komplette Messe ab mach ich auch stört mich nicht ne aber mich? hallo? aber halt nicht in der Nähe von von äh dem Spawn der Reste 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 Chira 99 Alter noch ein 2000 nicht er ist kein 2000er er ist kein 2000er er ist gut er muss oder er hat 99 devs oh 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 Victor wie viel Glas hast du noch? ich hab noch 5 äh nö reicht nicht ne? warte mal neun mal eine Seite ist fertig neun mal sechs und drei oh Gott neun mal sechs 63 66 Glas also ne wir brauchen ungefähr neun Stakes Juuu hey wieso das ist ja für den kompletten Gang noch das geht auch sogar klar wie spricht man das aus ey wie würdet ihr? das aussprechen Jura Jura ja schon ne? also mit nem CH und nem Ü zu Ende Jura 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 ja hei 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 TACO Mensch ja da TACO ja oh jo 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 hier ist ein Loch noch drin deswegen schwatten die grad draus wie gestörte ach so ja da sind noch Löcher von Joe nachher war ich auch noch gesprungen, man sorry alter ich wäre fast in die Lava gelaufen fuck Adrenalin ey ja ok der schaut echt cool aus Halsmaul vor allem die 41 drin ich finde die Akzente von den Gelb zu Gelb zu Gelb voll geil ja diese ganzen Gelbtöne sieht aus wie so ein riesen Slime Block ja hat schon ein bisschen was an sich das ist das Block 41 alter ey wir können ja später üb wenn wir die Slime Farm fertig haben dann machen wir's grün äh machen wir einen kompletten Slime Block drüber also so einen kompletten aus Glas halt wär ich dabei wo landet man dann wenn wir hier einen Teleporter hinsetzen ähm portal mhm also nachdem wir hier schon nähter sind würde ich den Teleporter äh würde ich keinen Teleporter machen sondern einfach nur einen Gang ganz oben an der Bedrock Decke ok auf jeden Fall geheimnis gelüftet äh spricht sich Shira aus ja voller Polizisten geht jetzt zurück zu Joe ja wir haben hier keinen Sand mehr ich hab ein ich hab übrigens jetzt was von hier unten Enderman äh das ist jetzt geändert worden in der 1.11 schon weil Endermans ja eigentlich äh dimensionsabhängig sind äh nicht dimensionsabhängig deswegen könnten sie ja theoretisch auch rum äh äh Dings bauen wenn man einfach bei Minecraft mit Logik anfängt ja ok der erste kommt den fick ich amen ok schön ist ein weiter gefickt und mein Schild lebt oh mein Schild ist kaputt der ist genau kaputt gegangen meinen letzten Schlag hier können ach egal was los ich bin schon am Samtfarmen ich hab schon drei vier Stacks ja würde glaub ich fünf Stacks würden reichen ich mach mal gleich alle neun dann passt dieser warte mal mit neun acht also genug Farbe hätten wir wir haben für zehn Stacks Farbe aber wir brauchen irgendwie blazed oder Kohle hä wieso blazed haben wir doch noch voll viel von dem Zeug nein wir brauchen ungefähr sechs Stück pro Stack und nachdem und nachdem dann nehmen wir einfach Lava Eimer ach stimmt naja eben wir sind ja gerade in der Hölle dann muss sich jemand Eimer mitnehmen äh wir haben hier noch Eisen oder brauchen wir das ah ne stimmt Tatsache ich will mir ein Schild machen gibt's hier noch Holz ja Holz haben wir ganz viele Holz ist auch in der Kiste in der ganz hinten Ohhhh hab ich alles mitgebracht ja deswegen ist unser Holz verschwunden ja die hat schon mitgenommen ja schon ich hab jetzt Bock irgendwie Endermen zu ficken das nenn ich mal Einsatz 200% ok jetzt haben wir zwei Ender Perlen mehr ich müsste, wir müssen jetzt sieben haben ja ok kommst jetzt langsam im Sand ähm ja warte ich habe schon fast alles 9 Stacks das passt schon Überlebt einfach nur und holt noch schon mal ein wenig Lava oder so. Ach, stimmt ja. Wird schön hier oben eigentlich gerade nur. Merks. Wie viele Eimer machst du dir? Ich habe gerade zwei Eimer. Die Eimer werden ja dann übrig gelassen, oder? Ja, genau, die werden ja nicht mit verbrannt. Dann einfach insgesamt so viele Eimer, wie wir Öfen haben und brennen? Ja, acht Stück. Haben wir schon eine Lava-Kelle, oder soll ich mich einfach runterbuddeln? Einfach runterbuddeln. Wir haben noch keine Lava-Kelle. Du hast zwei, ne? Ich habe zwei, genau. Dann habe ich noch sechs weitere Eimer. Oh, ich habe aber keine Spitzhacke mehr. Ja, ich habe noch Spitzhacke. Nee, nee, passt, ich mache mir welche. Ist ja eben ein Eisen. Jetzt, wenn man für diese Blaze-Farm nicht eintritt, verlangen, dann weiß ich noch nicht. Einen Eimer habe ich. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, elf, sechs werden lang. Ja. Also, Viktor, ah, Viktor, ich habe es geschafft. Ich habe hier eine offene Lava-Kelle. Oh, ich grab mich gerade runter. Äh, ja, das Problem ist, du kommst jetzt bis ganz nach unten. Ich grab mich ganz runter, habe ich gesagt. Ja, irgendwann, du sollst unten rauskommen. Oh, ich habe keine Fire Resistance. Oh. Jetzt hätten wir eigentlich fallen. Vor allem, wir haben die Effekte verschwendet und da sind wir gar nicht gestorben. Stimmt, Tatsache, wir haben sie echt total verschwendet. Oh, ich bin voll. Ey, mal da, ich habe halt einen Schiss bekommen. Du hast einen Lama-Lama-Eimer. Lava-Eimer. Von dir? Cool. Das ist ein Lama-Eimer. Ich habe sogar noch einen leeren Eimer, da hast du einen. Hä, wieso hast du einen leeren Eimer? Keine Ahnung, vielleicht hätte ich einen schon dabei. Verwirrend. Okay, ich habe alle Eimer. Ich schuhe schon mal den ganzen Scheiß in die Küsten. Das sieht aus wie so ein fetter Rubin. So kann man es auch sagen. Hey, aber ganz oben fehlt doch noch diese eine Reihe. Das ist wieder komplett. Ey, da hinten ist ein Gast. Ja, jetzt ist er wieder weg. Krass. Ha! Ich habe mich ganz nach unten gebuddelt. Oh, verdammt. Du bist ja stolz. Wir haben schon alles genug, ne? Na und? Ne, ich habe ein volles Inventar, mache mir ein Lava-Eimer, Lava-Eimer, Lava-Eimer fällt aus Inventar, weil ich ja voll bin, fällt in die Lava. Achso, und du leckst gerade bei mir. Echt? Ja. Äh, meinst du Discord, oder wie? Ja, ich habe gerade nur ein halbes Wort verstanden. Habt ihr ja auch. Kommt, lass uns jetzt zusammenreiben. Hey, wer hat denn die Farbe? In der Küste. Ganz links. Wie, äh, wie färbt man die Dinger? In der Mitte ist die Farbe, außen rum acht Stück ist Glas. Oh. Hey, dann bleibt da sogar mehr übrig, als überhaupt. Ähm. Hey, Alter, kann es sein, dass Lava einmal doch nicht so lange halten? Wieso? Oder hast, nee, du hast die gerade alle eingetauscht. Achso, das sind doch die Blaze-Dinger. Ah, passt schon. Nee, das ist eine Lava, den guckt, das ist immer noch... Das brennt jetzt schon, keine Ahnung wie viel und ist immer noch auf aller, überster Flamme. Überster. Überster Flamme. Ja, tu halt die Blaze-Words alle raus. Dann sparen wir die uns wenigstens. Äh, wir kommen eh gleich massenweise. Du, die, die, ah, äh, ah. Hä? Nichts. Okay. Wollte nur fragen. Ist ein Anfall gewesen. Polischer Dummheit? Hey. Was ist genau von mir? Ich habe einen ganzen Stack, will ich schon jemand anfangen? Ja. Nein, gib mir. Ein Stack, das sind fast zwei. Nein. Hä. Oh Gott. Ist wieder kämpfen oder was? Bist, ey, bist du Operator? Kann das sein? Nein. Ja. Hey, ja, ich bin Operator, aber... Ja, das ist ein Schild. Ich kann nicht trotzdem nicht schlagen. Schlag ein, ja, ich... Hä? Doch, du musst das Schild zum Beispiel. Wann, mach mal F3B an. Okay, dann siehst du es nicht. Ah, Hitboxen. Normalerweise, ja, das Schild muss, äh, du musst neben das Schild schlagen, wenn du die Hitbox treffen willst. Deswegen triffst du ihn manchmal, ist so schlecht. Ja, jetzt hast du gut Damage gemacht, im Vergleich zu davor. Kein Bock mehr? Jetzt mal essen. Hab ich so in... Nein, hab ich nicht. Warte mal. F3B. Wollte ich ja schon. Wieder sterben. Okay, wägt euch auf, weil sonst sterbe ich. Ich bin doch immer noch full life. Ja, deine Mutter. Ja, guck halt im Stream. Okay. Ja, okay, Frieden, Frieden, schalten wir uns die Hände. Ja. Hände schalten, schalten die... Nein, Schilder gegeneinander klopfen. Wie so Wikinger.